Als dieser Opa im Sterben lag, half das Pflegepersonal seines Krankenhauses, seinen Hund für seinen letzten Besuch hineinzuschmuggeln. Aber sie hätten nie erwartet, dass sich das Schicksal des alten Mannes durch die unvorhergesehen Überraschung, die dann kam, grundlegend ändern würde. David King war unheilbar krank. Er kämpfte seit Jahren gegen den Krebs und konnte sich nie aus seinen Fängen befreien. Gerade als die Ärzte glaubten, David sei endlich in Remission, nahm sein Gesundheitszustand eine plötzliche Wendung. Es ging so schnell, dass es nur noch wenige Optionen gab. Eine experimentelle Krebsbehandlung bot eine kleine Chance, aber die Kosten dafür überstiegen bei Weitem die Möglichkeiten der Familie. Es blieb nichts anderes übrig, als es David in seiner letzten Lebensphase bequem zu machen. Zu diesem Zeitpunkt war er weitgehend mit sich in Frieden. Er hatte versucht, sich und seine Familie auf diesen Moment vorzubereiten. Aber es gab eine Sache, von der seine Frau Cindy wusste, dass sie in seinem Hinterkopf war. Sein Hund Lil Faye, ein kleiner Yorkie-Mix, wartete zu Hause. Die beiden hatten sich in den letzten Jahren angefreundet, als David zu Hause war und mit seiner Krankheit zu kämpfen begonnen hatte. Lil Faye folgte ihm durchs ganze Haus. Ein ständiger Schatten, der jede seiner Bewegungen nachahmte und spürte, dass David in einer Notlage war. Wenn er hustete und sich hinsetzen musste, quiekte Lil Faye und rannte zu ihm, um ihn zu trösten, setzte sich auf seine Brust und hielt ihn warm. David nahm sie überall mit hin, in den Lebensmittelladen, zur Post und natürlich auf seinen täglichen Spaziergang. Er schaffte es nur ein paar Mal um den Block, aber Lil Faye machte das nichts aus. Hauptsache, es war Zeit mit ihrem Lieblingsbesitzer. Als David zum letzten Mal ins Krankenhaus fuhr, drückte Lil Faye ihren Kopf gegen die Glastür und sah traurig zu, wie das Auto der Familie in der Ferne verschwand. Die Familie war sich sicher, dass es das letzte Mal war, dass die beiden sich sehen würden. So sehr, dass er Bilder von Lil Faye und seiner Familie an die Wand neben seinem Bett hängte. Aber seine Frau Cindy war fest entschlossen, Lil Faye einen letzten Besuch zu vermitteln. Und zu ihrer Überraschung boten die Krankenschwestern ihre Hilfe an, als sie ihren Plan eines Tages mitbekamen. Im Krankenhaus waren Tiere streng verboten, aber die Schwestern dachten, dass Cindy den Hund in eine große Tasche stecken könnte. Aber nur wenn Lil Faye leise sein würde, was sie bekanntermaßen nicht war, schon das kleinste Geräusch könne ihre Chancen zunichte machen. Deshalb holte sich Cindy die Hilfe ihrer jüngsten Enkelin Ellie, die David auch noch nicht besucht hatte. Wenn es eine Person gab, der ihr mehr zugetan war als Lil Faye, dann war es Ellie. Aber sie hatte Angst davor, ihn in einem so veränderten Zustand zu sehen und weigerte sich zu akzeptieren, dass er vielleicht bald weg sein würde. Mit ihren elf Jahren war sie alt genug, um zu wissen, dass ihr Großvater nicht mehr lange leben würde. Sobald bei ihm Krebs diagnostiziert worden war, hatte sie begonnen, ausgiebig zu recherchieren. Ellie war ein sehr kluges Kind. Anfangs begleitete sie ihren Großvater zu seinen Arztbesuchen, drängte die Ärzte mit komplizierten Fragen und stellte sicher, dass sie immer das Richtige taten und überwachte sie. Als sich die Dinge nicht besserten, hatte sie immer weniger Fragen, bis sie schließlich alle Antworten kannte und es fiel ihr schwer, sie zu akzeptieren. Aber als sie gebeten wurde, ihrer Großmutter zu helfen, den Hund einzuschmuggeln, wusste sie, wie viel das ihrem Großvater bedeuten würde. Und so stimmte sie trotz Ellies Ängsten zu, zu helfen. Aber sie konnte sich nicht dazu durchringen, das Zimmer zu betreten. Am nächsten Morgen kamen beide in das Krankenhaus, wobei Cindy eine große schwarze Tasche trug und Ellie sich einmischte, um jeden abzulenken, der ihr zu nahe kam. Das Passieren der Eingangstür der Rezeption war kein Problem. Aber als Cindy sich Davids Zimmer näherte, hörte sie ein dumpfes Quieken aus der Tasche und Lil Fee zappelte erwartungsvoll herum. Irgendwie konnte sie spüren, dass ihr Besitzer in der Nähe war. Doch als ein Angestellter in ihre Richtung ging und einen neugierigen Blick auf die Größe der Handtasche warf, waren sie nur Sekunden davon entfernt, verhaftet oder aus dem Krankenhaus geworfen zu werden. Ellie stürmte auf ihn zu und überhäufte ihn mit Fragen über das Krankenhaus, ihren Großvater und sogar darüber, was nach dem Tod passiert. Sie wusste, wie sie ihr Alter einsetzen konnte, wenn es nötig war. Und die Ablenkung funktionierte. Cindy konnte sich gerade so viel Deckung verschaffen, dass sie es ins Zimmer schaffte. David drehte sich in seinem Bett um, als sie eintraten. Ein Lächeln breitete sich langsam auf seinem Gesicht aus, weil er sich freute, seine Frau zu sehen. Dann wurde er aber glasig vor Schreck, als sie ihre Handtasche öffnete und die Überraschung zum Vorschein brachte, die sie mitgebracht hatte. Lil Fee sprang aus der Tasche auf sein Bett und schmiegte ihr Gesicht an Davids Gesicht, um ihm so noch näher zu kommen als nur möglich. Aber David konnte das nicht erwidern. Er war so geschwächt, dass es ihm sogar schwer fiel, seine Arme zu bewegen. Und die letzten Tage hatten ihn so schwer gemacht, dass seine schweren, nicht mehr gebrauchten Muskeln ihn förmlich an sein Bett klebten. Lil Fee leckte ihm über das Gesicht und versuchte vergeblich, ihm eine Reaktion zu entlocken. Da er wusste, wie sehr David seinen Hund liebte, bewies seine Bewegungslosigkeit nur, wie sehr ihn der Schmerz lähmte. Sein Gesicht legte sich in kleine Falten und reagierte, aber der alte Mann war nur noch ein Schatten seiner selbst. Der Hund bahnte sich einen Weg unter einen von Davids Armen, wölbte dann seinen Rücken und hob ihn auf die Brust. Zum ersten Mal seit Tagen sah Cindy, wie sich die Arme ihres Mannes langsam vom Bett hoben und eine Wiege um Lil Fee bildeten. Zuerst war es allein Lil Fees Werk. Aber als der Hund sich auf seiner Brust niederließ, drückte David sie enger an sich. Es war ein emotionaler Moment. Cindy hielt die Tränen zurück, als sie sich das Bild vor Augen führte. Sie war sich sicher, dass David keine Zeit mehr hatte und bereitete sich darauf vor, sich jeden Moment verabschieden zu müssen. Deshalb beeilte sie sich, den Hund hereinzuschmuggeln, aber David zeigte einen letzten Anflug von Stärke. Das war der Mann, den sie kannte und liebte. Aber sie erlebte eine noch größere Überraschung. Als sich Davids rechter Arm hob, um sich wieder aufzurichten, traf er auf eine andere, viel kleinere Hand, Als er im Bett zappelte und seinen Kopf über den Hund hob, um nachzusehen, sah er Ellie, die mit Tränen in den Augen neben ihm stand und eine faltige Hand zwischen ihren beiden Händen hielt. Eben noch gelähmt, hatte sich David jetzt fast aufrecht hingesetzt, um seine Lieblingsenkelin zu umarmen. Lil Fee war in der Mitte eingequetscht, aber solange sie in der Mitte war, machte ihr das nichts aus. Nach gefühlten Stunden der Umarmung rückte Ellie an die Seite des Bettes und sagte ihrem Großvater, wie leid es ihr tat, dass sie nicht früher gekommen war. Sie war voller Bedauern und erwartete, dass er enttäuscht und verärgert sein würde. Aber er nahm ihr die Schuldgefühle ab und sagte, dass es nicht ihre Schuld sei. Diese Dinge sind für jeden schwierig. Er freute sich einfach, sie zu sehen und wollte den Moment genießen. Es hatte keinen Sinn, in der Vergangenheit zu leben. Ellie beschloss, ein paar Fotos von David mit seinem Hund zu machen, um sie als Erinnerung aufzubewahren, bevor sie sich von ihm verabschiedete, denn sie wusste, dass es wahrscheinlich einer der letzten Besuche bei ihm sein würde. So schön es auch war, sein Gesicht wiederzusehen, so bitter war das Wissen, dass es keine Möglichkeit gab, ihm zu helfen. Keine Möglichkeit, die Dinge besser zu machen. Als sie nach Hause kam, postete sie die Fotos auf ihrem Twitter-Account. Und was dann geschah, war unglaublich. Das Foto erreichte nicht nur ihre Familie und ihre Freunde, sondern auch ein weltweites Publikum und erhielt tausende von Likes. Und auf die Bitte von hunderten von Menschen hin, richtete Ellie eine Online-Spendenaktion für ihren Großvater ein. Sie hatte noch niemanden von der experimentellen Krebsbehandlung erzählt. Aber innerhalb eines Tages kamen über 50.000 Dollar zusammen. Genug für die Behandlung. Als sie ihren Großvater am nächsten Tag besuchte, hatte sie ihm eine letzte Überlebenschance gesichert. Und das Medikament wurde sofort genehmigt. Die Ärzte warnten alle, dass man nicht wissen könnte, wie wirksam es sein würde. Aber als die Wochen zu Monaten wurden, war eines sicher. Es gab David zumindest ein wenig mehr Zeit, als er sonst gehabt hätte. Und das war mehr wert als jede Menge Geld. Jeder Tag wurde zu einem Segen. Ellie besuchte ihn jeden Tag und versprach, bis zum Ende an seiner Seite zu bleiben. David konnte noch ein paar Monate mit seiner geliebten Familie genießen. Und das alles dank seines kleinen Hundes Lil Fee. Inzwischen wusste die gesamte Belegschaft, dass Cindy und Ellie einen Hund eingeschleust hatten. Sie hatten die Geschichte im Internet gesehen. Trotzdem schauten sie in den kommenden Monaten lieber weg. Nickten zustimmend oder zwinkerten verschmitzt, wenn sie Cindy mit einer großen Tasche durch das Krankenhaus laufen sahen. Das Glück ihres Patienten war mehr wert als strenge Krankenhausrichtlinien. Und sie waren froh, einen Beitrag leisten zu können. Was für eine süße Geschichte. Hättest du auch ein Auge zugedrückt, wenn du ein Mitglied des Krankenhauspersonals gewesen wärst? Hast du jemals die gleichen gemischten Gefühle wie Ellie gehabt? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.